Ihr müsst euch das anhören, wenn ihr euch jemals gefragt habt, warum sich das Leben wie ein ausgeklügelter Streich anfühlt. Spoiler-Alarm, das ist es auch. Also stellt euch das mal vor. Wir sind winzige Punkte auf einem schwebenden Felsen, der sich um einen riesigen Feuerball dreht. Was für eine wilde Fahrt. Und trotzdem behandeln wir unsere täglichen Missgeschicke, als wäre es das Ende der Welt. Kaffee verschüttet, tragisch, kein WLAN, katastrophal. Aber das Beste kommt erst. Im Großen und Ganzen ist das alles völlig egal. Wir sind alle nur Spieler in diesem bizarren Spiel namens Leben, bei dem die Regeln erfunden wurden und die Punkte keine Rolle spielen. Erinnert ihr euch an das mal, als ihr vor eurem Schwarm gestolpert seid? Ja, das Universum hat euch einfach aus Spaß einen Curveball zugeworfen. Warum also nicht über die Absurdität lachen? Nehmt das Chaos an, Leute. Schließlich ist das Leben zu kurz, um es ernst zu nehmen. Letztendlich sind wir alle nur hier, um die Fahrt zu genießen. Einen lächerlichen Moment nach dem anderen. Einen lächerlichen Moment nach dem anderen. Untertitelung des ZDF, 2020